Oh hi Leute, ich bin Tommi Samfin, ich liebe Filme, Sekunde, habe ich den Joke nicht schon gebracht? Egal. Hier ist mein Review zu The Disaster Artist. The Disaster Artist ist ein Film rund um die Entstehungsgeschichte von The Room, einen der bekanntesten, schlechtesten Filme dieser Welt. Der Film The Room war so schlecht, dass er schon wieder gut war und wurde für seine peinliche Performance und seine konfuse Story zelebriert. Tommy Wiseau, der Produzent, Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller von The Room bleibt bis heute ein Mysterium und diese Geheimnisse spricht auch The Disaster Artist an. Woher kommt Tommy, wie alt ist er eigentlich und woher hat er das Geld einen Film mit ca. 6 Millionen Dollar Budget zu machen? Das will James Franco, der Tommy Wiseau in The Disaster Artist spielt, aber nicht unbedingt auflösen, sondern nur weiter zelebrieren, indem er mit seinem jüngeren Bruder Dave Franco zeigt, wie es hinter den Kulissen abging. Der Film basiert also auf einer wahren Geschichte, soweit man diese überhaupt zurückverfolgen kann. Dave Franco spielt Greg Sestero, den besten und gefühlt einzigen Freund von Tommy Wiseau und der Cast des Films ist voll mit anderen Stars, wie z.B. Seth Rogen, Josh Hutchison, Zac Efron, Bryan Cranston und Judd Apatow. Und hier kommen wir zur größten Stärke, aber auch zur Schwäche des Films, denn der Cast ist fantastisch, fast schon zu gut. James Franco spielt einen tollen Tommy Wiseau und ich habe gemerkt, wie viel Mühe er sich gegeben hat, so nah wie möglich am Original zu sein. Aber Tommy Wiseau ist ein solches Unikat, dass es fast schon unmöglich ist, das zu duplizieren. Es fühlt sich einfach immer an, wie eine schwächere Kopie. Haha, was eine Geschichte, Marc. Dave Franco, Zac Efron, Josh Hutchison und alle anderen, die den falschen The Room Cast spielen, machen einen grandiosen Job, aber auch hier ist es derselbe Fall. Man weiß sofort, was gemeint ist, die Szene hat man direkt im Kopf, aber es reicht eben nicht an diesen Kultstatus ran. Ich hatte am Ende wieder mehr Lust, The Room zu sehen. Haha, you must be kidding, aren't you? Aber eine Sache macht The Disaster Artist fast schon perfekt. Er zeigt uns, was für ein Arschloch Tommy Wiseau sein kann, gerade weil er nicht wirklich in unserer Welt lebt. Schaut euch dazu gerne einmal Interviews mit dem echten Tommy an und ihr werdet schnell merken, dass alles, was er sagt, so weit weg ist von dem, was wir als normal betrachten, dass es auf der einen Seite schon wieder lustig ist, aber auch verwirrend. Dass eine solche Person aus den verschiedensten Gründen auf einmal ausrastet und sich völlig daneben benimmt, wird auf einmal verständlich. Aber sie zeigen ihn nicht nur als Arsch, sondern auch als einen verschrobenen Typen, den man gerne haben kann. So wie es mit Greg Sestero am Anfang anscheinend der Fall gewesen ist und durch ihn, oder besser gesagt durch Dave Franco, lernen wir Mitleid für Tommy Wiseau zu haben. In diesen Punkten hat mich der Film komplett gewonnen, denn gerade dann ist es ein ernstzunehmendes Drama. Auch wenn es cool ist, als Fan von The Room das zu sehen, ist es das, was in meinen Augen nicht funktioniert. The Room ist einzigartig und jede Kopie davon ist nur ein blasser Schatten. Es ist eine Kombination von Dingen, die auch nur in diesem Rahmen funktionieren, alles andere darüber hinaus ist zwar nett, aber nichts weswegen das Publikum auf einmal anfängt Plastiklöffel zu schmeißen. Es gibt solche Screenings von The Room in denen das gemacht wird und das ist irgendwie verdammt cool. Letzten Endes ist The Disaster Artist zu gut, zu Hollywood, um seinem eigenen Vorbild gerecht zu werden. Auch wenn es darum geht, eine wahre Geschichte nachzuerzählen, fehlt das gewisse etwas, damit es auch wirklich in den Köpfen hängen bleibt. Wer den Film sehen will, der sollte unbedingt davor The Room gesehen haben, sonst fallen viele der Jokes in der zweiten Hälfte komplett flach. Wer aber nur einen Comedy-Drama über einen sehr seltsamen Typen sehen will, der kann sich das Ganze auch beruhigt so anschauen. Für mich war es aber kein großes Kino-Event und den Film muss man auch nicht unbedingt im Kino gesehen haben. Auf DVD oder Netflix reicht da völlig aus und falls der Film nicht in euren Kinos laufen sollte, keine Sorge, ihr verpasst nichts. The Disaster Artist hat einige gute Momente, aber ich hatte ihn etwas schräger und weniger bodenständig erwartet. Ich meine, es geht hier um Tommy Wiseau und The Room. Deswegen bekommt der Film auch von mir nur einen Daumen in der Mitte. Wie gesagt, es ist ein solider Film, aber fast schon zu gut für das, was er zeigen wollte. Habt ihr The Disaster Artist schon sehen können oder wollt ihr ihn euch immer noch angucken? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf tipi.com tun. Den Link habe ich euch unten in der Beschreibung gelassen bzw. in der Infobox. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!